Hallo meine Lieben, ich freue mich euch den richtig coolen City Mini Sip von Baby Jogger vorzustellen. Wir hatten den jetzt mit dem Urlaub und pünktlich wirklich so drei Tage vor dem Urlaub ist er hier eingetroffen von babyartikel.de und ihr müsst da oben in den Onlineshop gehen, die haben echt tolle Sachen. Ja und dann haben wir ihn mitgenommen auf unsere Kreuzfahrtreise und das war alles überhaupt kein Problem, der ist so schön, so handlich und so klein zusammenzuklappen. Der wiegt fast nichts, irgendwie nur 6,5 oder 7,5 Kilo und ja, der hat ein ganz tolles Körbchen, hat einen riesen Sonnenvergelt verdeckt mit 50 plus protection, Lichtschutzfaktor und der Kleine konnte da mal wunderbar drin liegen, also man konnte das hinten komplett nach hinten ablegen, das Rückenteil und was auch echt praktisch war, ist immer dieser Getränkehalter gewesen und ja, ich liebe diesen Wagen total. Wir wurden auch wirklich ein paar mal angesprochen von auch älteren Herrschaften, Mensch was haben sie denn da für einen Porsche und was ist das denn für ein Flitzer, ein kleiner Ferrari und also wirklich viele Älter haben uns auch darauf angesprochen, was habt ihr denn da für einen coolen Wagen, weil die haben gesehen, dass wir alle Ausflüge mitgemacht haben. Wir sind sogar teilweise haben wir Ausflüge gemacht, wo wir nicht an Land anlegen konnten, sondern wir haben im Hafen angelegt und dann sind dann getendert worden, das heißt in Rettungsboote runter und dann an Land gebracht worden und das ist alles überhaupt kein Thema gewesen. Und der ist echt super leicht und das coole ist, obwohl er so leicht ist, der fällt nicht um. Ich hatte immer hinten, also gerade im Urlaub, eine dicke fette Wickeltasche, diese große von Lässig und die gibt es auch bei Babyartikel im Onlineshop und ja und die hatte ich echt immer total proppevoll und auch unten im Körbchen auch Getränke für uns und für den Kleinen immer was zu essen und so oder auch mal spielte Sachen. Also die Wickeltasche war echt schwer. Ja, der Wagen ist nicht umgefallen, auch wenn der Noah mal nicht drin saß. Ja und jetzt zeige ich euch gerne mal unsere Stationen und wo wir überall waren und was wir dort für Bodenbeläge hatten. Teilweise war das echt so ein Gröll und Ruinen, wo wir rumgelaufen sind und das war alles überhaupt kein Problem. Ich liebe diesen Wagen und ich zeige euch diesmal nicht, wie ich den zusammengebaut habe, weil es gab keinen Zusammenbau. Man nimmt den einfach aus der Packung raus und klappt ihn auf und macht einmal nur am Lenkrad klick und das war's. Also das ist so cool, da gibt es keinen großen Aufbau und die Räder rastet man einfach nur ein. Also wie gesagt, hier kommt die Bühne. und dann geht es nicht um die Räder rastet man einfach nur ein. Also wie gesagt, hier kommt die Räder rastet man einfach nur ein. für diese Räder rastet man einfach auch nur ein. Also wie gesagt, hier kommt ihre시klarne an. Zilberknecke Barnes, auf dem her an die Räder rastet man einfach nur ein, ich will. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe das Video hat euch gefallen, schickt mir einen Daumen hoch und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das ganz schnell Auf Youtube unter Fit&FoodStyle, ich freue mich auf euch und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, tschüss und bye bye